nächsten tag rein hier so 21 pilze 80 käse erdbeeren im wald suchen und angeln gehen die pilze kommen 28 prozent und auf wiedersehen 78 wir haben auf jeden fall die champignons champignons kann ich damit irgendwas machen auf dem menü erdbeerkuchen erdbeeren aber bestimmt die pilzsuppe hier käse wir müssen warten irgendeiner muss es ja ran schaffen aber du bist ja witzig per romal auf trinkgeld so wunderbar so und so dann können wir doch zum stinkenden wildschwein das ist auch voll da kochen hat obst noch da haben wir die weinverkostung genau das heißt aber auch wenn die weinverkostung ist muss ich den käse mit auf die karte nehmen wäre ja nicht verkehrt käse da darf ich bloß nicht vergessen dann darf ich das bloß nicht vergessen aber ich gehe noch mal das ist ja nicht so gut da darf ich das nicht einfach nicht verkehrt aber ich glaube nicht das ist ja nicht so gut 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 1058 auf etage 1 hat so lange gewartet ich habe gar keine etage 1 ich habe gar keine etage 1 wer weiß wo der gesessen hat bestimmt keller oder so kann ich davon eigentlich noch so ein abenteuer stich hinbauen ne kann ich nur einen schade schade aber wir haben ja genug geld gemacht forschungstisch glaube ich auch pilze käse ja ich würde sagen erst mal auf käse ne schicken wir die beiden los wenn ich den rausnehmen der mich bei 88 bei 90 und auf wiedersehen die zwei reichen banditen besiegen 22 prozent ja das ja das schaffen die 88 erdbeeren hundert prozent und raus mit euch ihr geht pflücken geht pflücken das heißt wenn wir dann nachher alles komplett umstrukturieren vielleicht zwei bars reinhauen hier zentralen küche rein setzen wobei wir könnten wir eigentlich auch machen wir reißen nachher den raum ab und machen dann hier hinten eine komplette reihe rein zwei bars in der mitte die küche dann müsste ja eigentlich funktionieren müsst ihr dann funktionieren die sind auch noch alle voll sehr schön da ist auch nichts ne der die ihr leben ist schön sie bläst den ganzen tag also ihr leben ist perfekt ihr leben ist perfekt ja komm was soll's personal ich kann noch ein keller einstellen oder das ist doch göttlich ist das 33 33 oder brenner kommen wir nicht wie wir stellen brenner ein und wir können sogar noch ein einstellen das wunderbar auch nur weil die forschung zu ende gegangen ist ne jetzt jetzt könnte rennen mädels jetzt könnte rennen das schon getränke preise die auf gäste und weiter geht's da kommt mein stammtisch deine abenteurer waren erfolgreich aber es ist nicht genug platz für alle zutaten möchtest du die maximale mögliche anzahl erhalten und rest wegwerfen ja komm also pilze brauchen wir keine pilze sind voll sehr schön erdbeeren wir brauchen erdbeeren geht mal im wald suchen reichen 60 prozent 62 64 64 70 und tschüss pilze brauchen wir keine was ist mit sichere straßen käse käse kokosnüsse brauchen wir kokosnüsse eigentlich nicht ne da dann könnte ich hier noch tisch dann ich habe ja jetzt sechs kellner 1 2 3 4 5 6 5 dann könnte ich euch hier wieder die tische reinbauen oder wie geht es dir wie geht es dir geschwindigkeit beim treppensteigen ja lass hier runterfallen klingt aber nicht berauschend es geht klingt nicht berauschend was ist passiert so einmal auffüllen der normale wahnsinn kennen wir kennen wir 1200 plus gemacht sehr schön verteidige dich gegen die bereichen drei sterne essen serviere einen ganzen tag lang nur dessert mal wieder was haben wir lass mich überlegen wir haben jetzt hallo wo sind wir freitag samstag da muss ich an sonntag also jetzt noch zwei tage da muss ich dann den käse mit auf die speisekarte nehmen ne und mit ganz köche machen gehen erst mal auf getränke preise isaq werde ich werde ich isaq ja isaq isaq ist der beste du wolltest du wieder mein fass klauen die drecksau klauen woanders so was sagt denn unser Käse haben wir Erdbeeren Schinken Seebarsch Troutan was haben wir denn hier ein Seebarsch gehen wir angeln wobei wenn wir auf Käse gehen die brauchen drei tage ne komm du machst du machst auf Käse aus dem ganz einfachen Grund 34% ist ein bisschen wenig ne war das hier 68 ja komm haben wir dann gehen wir auf schneidetisch Menü Brot Brot ist gestiegen Brot ist gestiegen sehr schön die sind auch alle Wasser Bier Limo Wein Achso Lassen wir das erstmal so dann lassen wir das erstmal so das ist kürchen szef das ist isaac ja das sieht gut aus das sieht gut aus fähigkeit für suppen ja die sind auch noch alle glücklich wunderbar sehr schön haben alle noch lachen im gesicht null verärgerte kunden was ist das denn so jetzt muss ich gucken jetzt muss ich nämlich den käse mit auf den dings nehmen heute gibt es nämlich käse küche so heute stammtisch 41 käse das heißt genau der geht nämlich jetzt raus oder ich konnte nämlich direkt wieder auffüllen eine fort geben erdbeeren brauchen wir sagen denn die erdbeeren erdbeeren ja erdbeeren brauchen wir brauchen erdbeeren wir brauchen erdbeeren wir brauchen erdbeeren tschüss ihr geht erdbeeren pflücken er geht erdbeeren pflücken schöne weinverkostung elite kellnerin ich bekomme eine elite kellnerin ist ja geil der marsch aber heute auch kein gewinn kann dann sein außer beim wein außer beim wein vielleicht hätte ich den preis für wein hoch drücken soll ein neues rezept ein neues rezept fisch hönchenschüssel der nicht habe ich ja nicht geht ja nicht 800 naja ist zwar nicht die welt bei mir so ein stammtisch das war sonntag dann machen wir nächste woche montag nächste woche sonntag wieder weinprobe machen wir nächste woche sonntag wieder weinverkostung dann passt das dorfbewohner beschützen schick mal die los und dann müssen wir warten kaufe ein schneidetisch für die küche so den haben wir kaufe eine beliebige zutat 50 mal können wir noch nicht auffüllen können aber auch kauf für einen beliebige zutat 50 mal menü levelaufstieg levelaufstieg den können wir mal rausnehmen den gibt es nur sonntags sonntags gibt es käse vielleicht haben wir nicht ne doch haben wir also vielleicht könnten wir anbieten mit gemüse geht das lasst uns mal auf der menü karte gucken jetzt geht es hier lecker essen lecker 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 meine fische wirklich rausnehmen wenn wenn wir den fisch rausnehmen und nur freitags machen wobei ist eigentlich egal auch guck mal der arme mann der sitze ganz alleine die arme so sitze ganz alleine marion kommt gleich gleich kommt marion 16 100 verärgerte kunden 0 sie ist das ist doch schön das ist doch schon so wir machen aber eine kleine pause bis gleich